Bleibt doch einen Augenblick und hört zu, beziehungsweise schaut zu bei einem neuen Let's Play von Heroes of the Storm. Verdammte Axt, was war das? Habe ich mich ja jetzt total verhauen, oder, Sanrillas? Wie siehst du das? Ja, war es schon mal mehr bei der Sache. Ach, unten bist du? Ja. Ich habe gesehen, es sind so viele nach oben, da dachte ich mir, gut, ich gehe nach unten. Die Tore öffnen sich in 10 Sekunden. Ja, hast du dich ein bisschen verhauen? Schade. Hättest du es ja auch einfach auf Englisch sagen können. Stay wild, stay wild and listen. Ich bin wohl nicht so schnell. Ebrigens, ich bin Sonja, ja, ja. Ich dachte mir mal wieder, ich nehme eine Frau. Aus Diablo, ihr kennt sie, die Barbarin. Okay, ihr kennt sie vielleicht nicht, aber egal. Boah, verdammt Axt. Da haben sie mich aber gleich erstmal volles Bett erwirft. Ja, und ich spiele Sergeant Hammer, das Pendant zu den Fahrzeugen bzw. den Panzern aus, ähm, ihr wisst schon, StarCraft. Ihr wisst schon wer, ne? Ja, ihr wisst schon wer. Oh, schade. Zur Zeit? Komm her, du Feigling. Oh, ach, da ist ja immer noch einer. Ja, natürlich, die sind dann zu zweit. Die trauen sich aber halt nicht hier rein, weil sie direkt von mir Schaden bekommen. Schon bald ist es Nacht. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ja, wir sind bereit für die Nacht, aber... Was war ihr jetzt nochmal? Wirbelwinn, ne? Ach, genau. Nein, 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 nein. Oh, doch, 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 doch. Doch, doch, das war in Ordnung. Na, komm, komm her, hier, komm. Schnucki Putz. Komm her. Die Unkrautler erheben sich erneut. Befreit meine Samen. Befreit meine Samen, das kann man auf zwei Leute sehen. Das hatten wir schon mal, glaube ich. Ich muss dir mal Rückendeckung geben, ne? Ja, ich habe so eine Rundum-Attacke. Rainer ist unterwegs. Oh, habe ich dir ein bisschen Angst eingejagt? Ja, die hat ein bisschen Angst im Endeffekt nachher vor mir, weil, äh, wenn ich im Belagerungsmodus bin, mache ich halt unglaublich viel Schaden. So, Rainer. Alles nach Rot. Automatische Angriffe herheben, perfekt. Zieh dir bitte nicht so weit raus. So, jetzt haben wir 85 und die 95. Na, es geht ja noch, ist noch akzeptabel. Möchte ich eine Belagerung? Camp einnehmen? Okay, gut. Machen wir doch mal. So, brauchen wir hier mal ein bisschen rum. Das kriegen wir doch alles gepackt. Das ist ja kein Problem. Nehmen wir das darüber auch noch wahrscheinlich, ne? Ja, da gehe ich dann in Belagerungsmodus. Machen wir nicht genau dasselbe. Ja. Seht schon, das wird lustig. Welches wollen sie jetzt einnehmen? Das ist hinten natürlich. Das ist bei den Gegnern. Ne, auch das wollen sie nicht einnehmen. Ich glaube, du brauchst Hilfe, ne? Oh, Feigling. Ja, die sind immer relativ... Oh, oh, unten, 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 unten. Oh, unten ist ein Tassa da. Und ein Nazebo. Nehmen wir hier ein bisschen was aufräumen. Nein, ich hab's doch noch erwischt. Ja. So, ich hab' ja mal ein bisschen aufgeräumt. Verursacht mehr Flächenschaden. Schaden über Zeit, genau. So. Jetzt müssen wir hier verteidigen, so ein bisschen, ne? Aber die sind gerade oben am Kämpfen böse. So, auf meinem Headset eben Sprung gegeben. So. Na, toll. Jetzt haben sie das oben auch noch. Letzt mal... Ich kann ja in Belagerungsgurz gehen. Wow, 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 wow. Ja, bleib einfach nur in der Nähe und verteidigen mich. Ich kümmere mich schon um das Tor. Die Nacht bricht in 30 Sekunden herein. Seid dir so etwas zu vergnügen. So. Mach mal unten den Turm, du machst mal oben. Oh. Da kommt irgendwas von oben, ne? Ja, Rainer. Das Tor ist schon mal weg. Okay, ich hau doch ab. Das ist ein Zwerg, der ein bisschen übel ist. Hast du gut bemerkt. Komm mir aber jetzt nicht mehr weg. Ja, komm. Schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du. Boah, ganz knapp. Ich wollte gerade sagen. Puh, das war knapp. Das war wirklich knapp. Ja, die sind aber nur zurückgegangen, weil sie jetzt die Pflanzen holen. Ja. Ein Held ist zurückgekehrt. Ein Held ist zurückgekehrt. So, dann hält dich mal oben. Und nicht noch ein Monster. Da, was wir noch holen könnten. Nein, da sind die gerade dran. Achso, einer ist hier. Ein Ungeheuer ist unten. Alter. Da möchte ich unterbrochen. Achso, einer ist schon bei uns. Ja, einer ist schon bei uns. Deren Ungeheuer ist unten. Okay, dann sollten wir nach unten gehen. Wird erledigt. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Wie wäre schön, mal den ungeheuer auseinander... Ja, da oben ist schon das nächste. Ne, das ist immer noch das. Das versucht er zu flüchten. Ne, 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 ne. Und tschüss. So, hab ich mir erstmal ein paar Kids hier gesorgt. So, holen wir jetzt noch da oben den einen Samen und dann müssen wir die Brecher-Camps wieder anfangen. Ja, ich gehe auch schon hin. Kommt, Herr, was freisuschen. Ich mache genau das gleiche wieder. Jep. Ja. So, ich versuche natürlich meinen Speer immer noch weiter aufzubauen. So, ach, den haben sie auch schon. Verdammt. Nein, nein, das ist, weil das Monster an ist. Wir haben schon das nächste. Ja, wir haben schon ein drittes. Das gegnerische Tor wurde gestirbt. Verdammt, ich bin voll reingelaufen. Wie er immer von unseren Gebäuden ablässst und immer noch von sich mitzuhören. Und Schiss mit ihm. Und wenn er ihn erwischt? Ja. Du willst noch mehr? Gut. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Ordnung. Gut. So, jetzt brauchen wir uns irgendwie noch wieder. Ich bin gestorben. Ich habe versucht, möglichst viele Samen von den Gegnern zu klauen. Guck mal, ob die unten an den Dicken dran sind. Sind die gerade oben am vertreiben? Guck gleich, ich bin jetzt hier gerade. Ich bin jetzt hier gerade noch an dem Söldnerlager, an dem Kleinen. Ja. Ich komme denen nämlich jetzt da nach unten helfen. Ja, sind sie da. Verdammt. Verdammt. Ah, ich bin zu spät. Nein, 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 nein. Verdammt. Ah, Mist. Na, komm, einen noch. Einen noch. Das sind genug Samen. Lasst jetzt mein Ungeheuer heranwachsen. Ah, der neues Ungeheuer kommt auch schon wieder. Das ist hundertprozentig wieder der gleiche Spieler, der ihn die ganze Zeit spielt. Das kann gut sein. Und der hat zum Glück keine Ahnung davon. Soll ich dann oben lang stürmen oder unten gegen das Monster? Äh, ich greife oben an. Lass sich erntet die Früchte eurer Bemühungen, Helden. Erweckt mein Ungeheuer vom Leben. Ich wollte einfach nicht oben lang. Da, euer Ungeheuer ist zum Leben erwacht. Erntet mit ihm die Leichen eurer Gegner. Wie die gerade unten versuchen durchzustürmen. Das ist nicht gerade gut, ne? Die haben ja bei uns gerade böse aufs Fressbrett. Ja, hier sind wir an der Zikadelle dran. Gut, dann halt nur das. Okay, okay. Ja, das war's. Wow. Ja. Das war jetzt ein schnelles Ende, liebe Leute. Nicht jeder, der sich seinen Ängsten stellt, überlebt. Wie gesagt, das wird sich alles ändern, wenn wir das dann hinbekommen, ein komplettes Team zu haben. Dann sieht das anders aus. Genau, und so lange zeigen wir euch so einzelne Charaktere. Und ja, jetzt habt ihr ein bisschen Sonja gesehen. Hat mir auch sehr Spaß gemacht, mit Sonja zu spielen. Ja, der Sergeant ist eigentlich ganz cool, gerade weil man mit ihm halt in dem Sinne, wenn du sie hoch genug hast, dann ist sie genauso stark wie das Monster. Oh, Kartenmechanik. Weil sie halt darauf ausgelegt ist. 95% bei mir. Guck mal, wie ich auf die Kartenmechanik eingegangen bin. Ja. Ah, also, ne? Liebe Leute, auch damit kann man dann Punkte machen. Ja, 4 Kills. Gut, ein Tod. Der hätte nicht sein müssen. Aber gucken wir uns mal den Sergeant Hammer an. Auch ein Tod. Also, ist in Ordnung. Hat auch 4 Kills. Meistens in Zusammenarbeit. Das geht. Ja, und wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst ein Like da. Egal, ob bei dem Sanrilla ist oder bei uns. Teilt das Video. Wie auch immer. Und ja, bleibt uns nur noch zu sagen. Ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö. Tschaui. Tschö, tschö.